Musik Schön, dass ihr da seid, Hamburg! Hamburg macht noch richtig leer für Mio und Akis. Akis gegen Mio. 26 zu 145 für Akis momentan. Das ist ein Riesenunterschied, da stehen noch mal zwei Tanks gesiegt, aber die Ultralisten viel Schaden. GG! Ich hätte gedacht, Mio holt durch irgendeinen Schieß eine Map, ehrlich gesagt. So irgendwas Unerwartetes, worauf Akis in dem Moment nicht klar kann. Was geht mit dem 40-Wut-Hast? Moin! Yo, ich bin da. Aber die STVs gehen jetzt auch noch mal alle down. Mio gibt es auf! Good Game! Wir machen jetzt weiter mit einer schönen League-of-Legends-Partie. Druckwelle gegen Team Acer. Haben einen schönen Endskirt, Stefan. Galio Ulti. Und Galio einfach hitst und down. Das könnte eigentlich schon fast GG hier sein. Das könnte echt GG sein für Acer. Sehr gut aus für Acer, Carries, Galio ist weg. Ja, die Farben einen nach dem anderen nahmen. Ja. Oh, wow. Schöne Sona Ulti Galio. Na, zu instant down. Schön, eins auf down. Alle gehen down. Kokma macht einfach zu viel Schaden. Ja. Super gemacht, jetzt einfach Finishing schnell einfach. Also, die Läby war wesentlich eindeutiger. Super runtergespielt von Acer. Klasse Setup gehabt. Ja, das ist vor allen Dingen, er steht so super solide an der Choke, dass die Linken überhaupt keine Chance haben, überhaupt rauszukommen. Vor allen Dingen der Bunker an der Choke ist auch noch sehr, sehr nice. Nix zu machen. Also, jetzt gar nichts zu machen. GG. Well played. Wow. Das Kloak ist fast durch. Ähm, Banschies setzen sich jetzt auch in diesem Augenblick in Bewegung beide. Das läuft also alles so ganz desolat gerade. Kloak ist in wenigen Sekunden heiß. Jetzt fertig. Fertig. Evo Chamber wird gleich fertig haben. Muss ja mit den... GG direkt. Instant GG. Großen Applaus für Goody für die fantastischen Matches. ... Vielen Dank.